Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Ich spüre heute wieder eine Runde GTA 5 Custom Maps. Ich habe heute mal wieder eine schlunkelige Map für euch am Start. So zumindest die Hoffnung und die Hoffnung, Freunde, dass ich die Map noch nicht gefahren bin. Aber zumindest erst mal kommt sie mir hier nicht bekannt vor. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber jetzt denke ich schon so, hm, habe ich die nicht schon mal vielleicht irgendwo gefahren? Ich weiß es nicht. Wir werden's sehen, wir werden's sehen. Abgerechnet wird immer am Ende, Freunde. Oh, was passiert da? Okay, okay. Ah, was mache ich da? Ich muss da einfach langsam hochfahren. So ungefähr. Beziehungsweise so genau. Uiuiui. Zack, das haben wir First Trial. Punkt kriegen wir noch. Jawohl. Und dann geht's einmal hier zurück. Ah, ich glaub, die hatten wir schon. Ich erinnere mich dran. Ah, was? Nicht bekommen? Das wär so hoch verdient gewesen. Wir haben das alle gesehen, oder? Ah, den krieg ich nicht von unten. Hätte ich gedacht eigentlich, aber okay. Nee, den hatten wir doch noch nicht, oder? Oder hab ich hier beim letzten Mal verkackt? Aber an die Stelle würde ich mich erinnern. Und da muss man so unter dem Container hergleiten. Das wüsste ich noch. Also bis dahin hab ich gedacht, das ist die eine Map, die wir schon hatten. Aber hier? Was mach ich da überhaupt gerade? Freunde, übrigens 20 Minuten-Challenge-Aufschlag, würde ich sagen. Das macht's nicht besser gerade. Ah, da war ich zu weit unten dann auf einmal. Da zieh ich viel zu weit zurück. Man merkt so ein bisschen, wenn man müde ist. In GTA. Ah, was? Oh, come on, ich war doch durch. Zu weit unten. Der war schon besser. Also Kacke. Was? Wie muss ich das machen, hä? Huuuuh, geht doch. Lass mal noch hier hoch. Jawohl. Jetzt schön droppen lassen. Vielleicht erinnere ich mich doch wieder dran. Aber ich weiß es gar nicht. Ich hab in der Nacht drei Stunden geschlafen auf einmal. Ich darf das. Ich darf mich an Sachen nicht erinnern. Hä? War nämlich gestern bei mir Weihnachtsfeier und ja. Was soll ich sagen, Freunde? Ich hab bis zum Ende mit durchgezogen und war auch einer der Ersten, nicht der Erste, aber einer der Ersten beim Frühstück. Das war ja quasi, also das war nicht first try, aber das war wieder dieses Ding, wo man durchfahren konnte, durch die Pipes. Doch, jetzt weiß ich wieder, wo ich hier durch die Pipes durchfahren kann. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die Map schon gespielt haben. Eieiei. Aber schauen wir mal, ob die 20 Minuten Challenge machbar ist. Weiß gar nicht, wie viel ich beim letzten Mal für die Map gebraucht habe. Oh ja, hier kommt jetzt schon mal wieder was. So, mein Tor. Hatte ja genug Speed im Gepäck. Hier hoch. Und jetzt? Ah, jetzt musste man hier hinten lang irgendwo. Ah, der Sprung. Der war beim letzten Mal, glaube ich, der Killersprung. Ah, hier. Schade. Ja, 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 ja. Das war der Killersprung beim letzten Mal. Ich erinnere mich. Wir haben es nämlich, glaube ich, nicht beendet. Und deswegen wird es mir auch noch als Neu angezeigt. Ich muss mal anfangen, die Maps zu beenden. Ich weiß nicht, was die Idee. Ah, come on. Laterne, ey. Okay, 20 Minuten Challenge ist am Start. Wir sind bei 6 Minuten und 50 Sekunden jetzt. Zwischenlandung. Ah, schade. Hätte ja klappen können. Hat aber leider nicht geklappt. Wenn das der beste Versuch bisher war, ne? Echt blamabel. Blamabel, blamabel, Freunde. Wir müssen da aufs Hochhaus. Nur damit ihr es schon mal gesehen habt. Alter, wie viel Speed verlieren wir da auf dem Weg. Wir müssen das nicht schaffen. Dass wir das einfach null schaffen dahin. Ich überlege gerade. Ich habe ja das Stream Deck hier vor mir stehen. Ob ich da einen Ausschalter gesehen habe. Wüsste mich nicht. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Kass! Kass! Ah! An der Kante abgeprallt oben! Oh! Was? Wieso haben wir das schaffen? Da muss man echt überall den optimalen Speed mitnehmen. Das war ne Kack-Landung. Uiuiuiuiui! Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber wir haben ja noch ein paar Minütchen. Ich fürchte nur, dass das nicht der letzte Punkt ist. Beziehungsweise ich weiß, dass das nicht der letzte Punkt ist, da sind noch 10 dahinter. 10 Freunde. Ei, 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 ei. Okay. 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 Okay, okay, okay. Ich brauche eine neue Idee. Ich weiß nicht, was ich wirklich falsch mache, Freunde, aber ich brauche eine neue Idee. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie ist das nicht? Da habe ich ein bisschen verkackt. Was kann man hier anders machen? Jetzt wieder die Kommentare mit dem Vorderrad aufkommen Freunde, da haben wir es wenn wir jetzt hier nicht was kacken beim Hof fahren War ich hier schon mal? Ich weiß es echt nicht Doch, hier war ich schon Doch, 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 ziemlich sicher Habe ich den nicht damit zu beendet? Ich weiß es nicht So, hier sind wir angekommen Was? Ah, hier habe ich mich doch beim letzten Mal so rübergelackt, oder? Was war das hier? Habe ich da so abgeprallt und dann da hoch, oder so? Ja, ja, doch, doch Ich weiß wieder Ah, was mache ich da? Warum mache ich das? Hä, was mache ich da gerade? Was mache ich da gerade falsch vor allem? Einfach mal im Kreis fahren Hä? Irgendwie bin ich da doch letztes Mal easy drauf gekommen Da sieht man mal, wie viel Luck das war Ach, come on Das war doch quasi perfekt Das war mega kacke, das habe ich selber gesehen War auch nicht super gut Kurz Man müsste so die 5-8-Technik, glaube ich, machen Guck mal, ob ich Ansprung nehmen kann Oh, ein gutes Stück Machen wir das doch mal Okay Mit Ansprung komme ich zumindest da hinten an Das ist schon mal die gute Nachricht Ja, perfekt Geht doch Ja, ich bin auch nicht von mir auch zurück Weil wir müssen da ganz hoch, Freunde Ah, was mache ich da? Ah, manchmal tut es echt weh Musste ich, wer würde sich jetzt hier hinten runterfallen? Weil ich so fucking müde Wenn mir mal das sollte klappen Hä? Okay, 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 okay Okay, okay, okay Okay So, das haben wir jetzt gemacht Musste man, glaube ich, da Wie bei der war es, oder? Direkt wieder beim letzten, ne? Die ersten beiden Easy peasy Lemon squeezy darüber Und dann Immer das letzte Haben wir die im Stream gespielt? Kann das sein? Zuletzt jedenfalls Ich meine mich dran zu erinnern Dass hier irgendwer rumgeheult hat Dass er das nicht schafft So, ganz normal Easy peasy runter da Was? Oh, was passiert hier? Uhuhu, gerade so Ja, schön oben bleiben Uiuiui, Freunde Warum klappt das manchmal und manchmal nicht? Fuck Bin ich da runtergerast, ne? Das ist irgendwie komisch an Ich bin da runtergerast. Das gibt's doch nicht, dass ich immer beim letzten da verkacke, ey. Also wirklich verkacken, weil den anderen bin ich auch nicht so super unterwegs. Gott, jetzt verkacke ich schon beim ersten. War das so wohl weiter gerade? Nice. Wie auch immer ich da reingekommen bin. So. Easy. Easy. Verkackt. Warum? Wie war es hier anders oder so? Ich weiß es einfach nicht, was ich hier falsch mache, Freunde. Easy. Easy. Verkackt. Warum? 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 Komm, ein Versuch noch. Easy. Easy. Versuch ist noch nicht vorbei, aber warum verkack ich's da? Muss man hier vielleicht drüber? Kann man hier? Kann man genauso drüber wie da? Probieren wir's mal hier. Probieren wir's mal hier. Auf der Seite, warum auch immer es auf der anderen nicht geht, aber... Hier geht's auch nicht. Versuch ist aber auch noch nicht vorbei. Die Außenwand hier. Die will mich nicht durchlassen. Keine Ahnung. Uh, da wär er fast vorbei gewesen, der Versuch. Was ist denn los hier? Immer von hinten Anlauf hier. Vielleicht so ein bisschen schräg oder so. Ai, 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 Freunde. Ich glaub nicht, dass wir's schaffen. Wuhuhu. Okay, scheiß mal kurz auf die 20 Minuten Challenge, ich will das jetzt hier beenden, Freunde. Ein für alle Mal. Ich glaub zwar keine Ahnung, wo ich hier hin muss, aber okay. Ah, das war das. Perfekt, first try. Okay, okay. Runter. Das war das, wo der Punkt in der Luft ist. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Also ich hab die Map schon mal beendet, ziemlich sicher. Das fiel zu kurz, okay. Okay, 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 Freunde. Jetzt haben wir's aber. Easy peasy. Und dann kommt ja vorne gleich das Ziel, Freunde. Puh. Mal wieder eine Map beendet. Ich würd sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dann und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.